Es wäre schon ein großer Fortschritt, wenn sich in Deutschland in der Politik mal alle dazu bekennen würden, dass ein Finanzplatz nicht ein Platz ist, wo Menschen zocken. Alles das, was wir realwirtschaftlich tun, hat zu tun damit, dass die Unternehmen sich kapitalisieren müssen. Die deutschen Unternehmer sind recht konservativ. Wir brauchen ein anderes Mindset. Wir müssen in diese Reduktion der Auswirkungen von dem, wie wir wirtschaften, leben, arbeiten, kommunizieren, mobil sind, investieren. Und dann ist natürlich völlig klar, das kann der Staat nicht alleine. Da brauchen wir privates Kapital. Wir haben eine Riesenchance in einem Bereich, nämlich im Bereich der Nachhaltigkeit, technologisch, aber auch wirtschaftlich eine Führungsposition in der Welt auszubauen, zu übernehmen und damit das Wachstum und die Prosperität Europas zu gestalten. Und genau da kommt der Finanzplatz ins Spiel, denn das sind unglaubliche Summen, das können die Bankenbilanzen auch nicht hergeben. Und genau da kommt der Kapitalmarkt und der Finanzplatz ins Spiel. Deswegen brauchen wir so unmittelbar und so schnell wie möglich und müssen das weiter entwickeln in die Kapitalmarktunion. Wir brauchen privates Kapital aus anderen Teilen der Welt auch, nicht nur aus Europa, um in Europa zu investieren. Wenn wir diesen Weg in den nächsten fünf Jahren nicht schaffen, können wir die Transformation der europäischen Wirtschaft, was ein Vorreiter in der Technologie und der Wachstumspfad für Europa ist, können wir nicht finanzieren. Und dann wandert diese Industrie ab und dann haben wir ein Problem. Wir müssen eben den Blick jetzt weiten, schärfen. Was ist denn notwendig, um den Finanzstandort Deutschland besser zu machen? Und es sind einige Dinge angeklungen. Wir müssen sicherlich auch darüber nachdenken, wie wir bestimmte Formen der Finanzierung wieder attraktiver machen. Es wird ja nicht allein nur der Finanzstandort Deutschland sein. Deswegen ist mir das ja so ein großes Anliegen, hier einen europäischen Ansatz zu fahren. Und ein Thema kann Kapitalmarktunion sein, aber insgesamt Deutschland als starken Finanzstandort zu etablieren. Und da bin ich gern mit von Partie. Und da bin ich gern mit von Partie.